Ja, schönen guten Tag auch von mir. Das Kabinett hat sich ja zu diesem Thema mit zwei Aspekten beschäftigt. Zum einen mit der Einwanderung von Fachkräften und hat dazu einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Und der zweite Aspekt ist ja ein Gesetzesentwurf bei Duldung, zur Duldung, bei Beschäftigung und Ausbildung. Zu beiden Gesetzen hat Die Linke sehr kritische Anmerkungen. Zum einen muss man feststellen, dass die Bundesregierung, aber auch die Unternehmen verschlafen haben, dass ja irgendwann die Babyboomer in den Ruhestand gehen werden und man Fachkräfte braucht. Es ist also viel zu wenig in die Ausbildung von Fachkräften investiert worden. Und die Vorstellung von Unternehmen, dass man sich Personal so wie bei Amazon bestellen kann und das vom einen Tag zum anderen da ist, das wird nicht funktionieren und das ist auch gut so. Wir als Linke fordern, dass ab sofort viel mehr investiert wird in Beschäftigung, in Ausbildung und dass Menschen auch beim lebenslangen Lernen, was ja immer gefordert wird, wirkliche Unterstützung bekommen. Wir sehen auch, dass in vielen Branchen Fachkräfte fehlen und in der Geschichte der Bundesrepublik, aber auch in der Geschichte anderer Länder war es ja immer so, dass Fachkräfte auch aus anderen Ländern hierher gekommen sind. Wir reden ja gerade über Deutschland und hier gearbeitet haben. Und darum ist es wichtig, dass man die Bedingungen gut regelt. Es heißt, es darf keine Lohndumping-Konkurrenz entstehen zwischen den Menschen, die hier schon arbeiten und den eingewanderten Fachkräften. Für die eingewanderten Fachkräfte brauchen wir natürlich auch sichere Regelungen, dass sie hier ihr Leben entsprechend gut gestalten können. Und wir müssen natürlich auch an die Länder denken, die diese Fachkräfte ausgebildet haben. Und es gibt ja historische Vorbilder, dass darüber auch nachgedacht wird, dass man so etwas natürlich auch entschädigen muss. Und darum fordern wir als Linke einen Entschädigungsfonds, den Unternehmen und Regierung gemeinsam speisen, um den Ländern, die die Fachkräfte ausgebildet haben, auch einen Ausgleich zahlen zu können. Ich erinnere daran, dass 1946 der US-Senator Fulbright gesagt hat, wie kann das sein, dass man mit Waffenexport Geld verdienen kann und dann noch Länder, die ihre qualifizierten Fachkräfte an uns, also an die USA, schicken. Und seit 1946 gibt es ein großes Stipendienprogramm, das Fulbright-Stipendium, was ja zum Austausch dient und gedacht ist und auch als eine kleine Kompensation und Entschädigung der Entstehung zumindest bedacht wurde. Zum zweiten Punkt zur Duldung bei Beschäftigung und Ausbildung, also Duldung von abgelehnten Asylbewerbern und Asylbewerberinnen oder überhaupt geflüchteten Menschen. Dazu muss ich Ihnen erstmal kurz berichten, dass ich gestern eine Schulklasse hatte oder eine Klasse von einem Oberstufenzentrum aus meinem Wahlkreis. Und das waren alles junge Männer, die den Beruf des Elektrikers erlernten. Und der eine sagte zu mir, ja, ich habe so viel Spaß bei der Ausbildung und ich habe so gute Zensuren und so gute Ergebnisse. Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr und ich weiß immer noch nicht, ob ich hier bleiben kann. Und wenn gefordert wird, dass wir Fachkräfte brauchen und solche Menschen, die auch gute Ergebnisse erzielen, immer noch in Unsicherheit sind, dann ist das, glaube ich, ein falscher Weg. Wenn ich mir jetzt den Gesetzentwurf zur Duldung bei Beschäftigung und Ausbildung anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass die CDU die Hürden so hochgelegt hat, weil sie Angst hat vor der AfD. Es ist im Prinzip ein Verhinderungsgesetz. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie zum Beispiel das Pendant eines Bäckers haben wollten, müsste derjenige aus seinem Heimatland ein Abitur vorweisen. Die Forderungen, was die Sprachkenntnisse betrifft, sind sehr hoch. Und auch die Altersforderung, also Höchstalter 25, ist viel zu niedrig. Viel Arbeit fürs Parlament, um nachzubessern, nachzuarbeiten. Die Linke wird sich mit vielen Vorschlägen daran beteiligen. Vielen Dank. Frau Lübkitz, ein Fünftigen, genau an den letzten Punkt. Nun ist aber doch die Beschäftigungsduldung für 30 Monate mit anschließender Möglichkeit, einen Aufnahmsitz zu erwerben, eigentlich ja mehr als das, was die Union wollte. Also ist das für Sie diese Regelung, würden Sie die nochmal bewerten? Ist das keine gute Lösung oder ist das eine gute Lösung? Also Beschäftigungsduldung, das ist auf alle Fälle eine Verbesserung für die betroffenen Menschen. Aber die Hürden für diese Duldung sind sehr, sehr hoch. Und darum habe ich den Eindruck, dass die CDU, ich kann das nochmal wiederholen, aus Angst vor der AfD eher nach einer Verhinderung strebt. Es gilt als ein wesentlicher Grund für mangelnde Zuwanderung, dass die Schulabschlüsse nicht anerkannt werden. Sehen Sie in diesem Gesetz eine Regelung dafür? Und was würden Sie da erwarten? Die Hürden für die Anerkennung von ausländischen Schulabschlüssen oder auch Berufsabschlüssen sind sehr, sehr hoch in Deutschland. Und ich denke, gerade hier müssen wir uns genau den Gesetzestext anschauen und dafür sorgen, dass in der Bürokratie das nicht erstickt wird. Und wichtig ist ja auch, dass die Menschen in ein Umfeld kommen, was sie vernünftig aufnimmt. Wenn wir uns zurückerinnern an die Gastarbeiter aus Italien, die gekommen sind oder vorher schon. Auch aus Japan sind ja sogenannte Gastarbeiter gekommen, wo man ja immer den Satz hat, Es wurden Arbeiter erwartet, es kamen aber Menschen, die haben ja häufig in sehr unwürdigen Bedingungen erst gelebt. Und so etwas darf es natürlich nicht geben, das darf sich nicht wiederholen. Dann wird auch keiner gerne kommen. Wird es mit diesem Gesetz gelingen, Fachkräfte nach Deutschland zu machen? Also ich glaube, das Parlament hat an diesem Gesetz noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten. Denn die Vorstellung, dass alle unbedingt nach Deutschland strömen wollen, alle ausgebildeten Fachkräfte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ist ja durch die Realität nicht bestätigt. Vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen noch frohe Weihnachten und ein gutes Fest.